Am 4. Januar 2010 veränderte sich die Welt für immer, als das erste Megahochhaus eröffnet wurde, der Burj Khalifa. Damals ging jeder davon aus, dass dieses Gebäude in ein paar Jahren von einem anderen in den Schatten gestellt werden würde, gefolgt von einem noch größeren. Doch zwölf Jahre später ist niemand auch nur annähernd in der Lage, ihm den Thron abzunehmen. Dubais engster Rivale China hat sogar eine Kehrtwende vollzogen und den Bau von Megahochhäusern verboten. Was ist da los? Hat die Begeisterung, immer höher in den Himmel zu bauen, plötzlich nachgelassen? Ist das das Ende der Megawolkenkratzer? Der Wettbewerb, immer höher zu bauen und das höchste Gebäude der Welt zu haben, ist ein neuer Trend. Jahrtausende lang war das höchste Gebäude der Welt die Pyramide von Gizeh. Sie hielt diese Position 3800 Jahre lang und hatte keinerlei Konkurrenz. Dann wurde Europa führend beim Bau, vor allem mit Kathedralen. Die Pyramide von Gizeh wurde 1311 von der Kathedrale von Lincoln in England abgelöst, die 1439 vom Straßburger Münster in Frankreich getoppt wurde. Dieses blieb für weitere 400 Jahre das höchste Gebäude. Erst im 20. Jahrhundert nach der Erfindung des Wolkenkratzers wurde der Wettlauf um das höchste Gebäude intensiver. Der erste Wolkenkratzer überhaupt war das Home Insurance Building in Chicago, das 1884 gebaut wurde und unsere Skyline für immer veränderte. Mit neun Stockwerken war das Rathaus von Philadelphia zu Beginn des 20. Jahrhunderts das höchste Gebäude. Doch um das Millennium wurde diese Zahl mit den Petronas Towers in Kuala Lumpur fast um das Zehnfache übertroffen. Von 1908 bis 1998 war das höchste Gebäude der Welt in New York oder in Chicago. Doch zu Beginn des 21. Jahrhunderts verlagerte sich der Wettlauf weg vom Westen hin zu Asien und dem Nahen Osten. Und die Größe dieser Gebäude hat Höhen erreicht, von denen wir nicht einmal zu träumen gewagt hätten. Um das zu zeigen, der Burj Khalifa hat 23 Mal so viele Stockwerke wie das Rathaus von Philadelphia. Der Burj Khalifa ist zwar auch heute noch das höchste Gebäude der Welt, aber seine Position als einziges Mega-Hochhaus der Welt hielt nur zwei Jahre. Ein Mega-Hochhaus ist ein Gebäude, das mindestens 600 Meter hoch ist. Der Maka Royal Clock Tower in Saudi-Arabien, der 601 Meter hoch war, wurde 2012 vollständig fertiggestellt. Drei Jahre später wurde der Shanghai Tower errichtet und erst kürzlich hat sich der Merdecker PNB 118 dem Club der Mega-Tall-Woltenkratzer angeschlossen. Aber warum bauen wir so hohe Gebäude? Ursprünglich wurden sie aus praktischen Gründen gebaut. Je höher das Gebäude, desto mehr potenzielle Arbeiter oder Bewohner konnten dort wohnen. Außerdem verhindern Woltenkratzer die sogenannte Zersiedelung. Städte dehnen sich immer weiter in ländliche Gebiete aus, wenn nicht genug Platz ist, um alle Menschen und Unternehmen unterzubringen. Mit einem Woltenkratzer kann man die Nachfrage von Wohnraum und Gewerbe auf engen Raum erfüllen und diese Ausbreitung eindämmen. Aber es gab auch oberflächlichere Gründe für den Bau größerer Gebäude. Bei Woltenkratzern ging es mehr um Symbolik und Status. Das größte Gebäude der Welt zu haben, spiegelte eher den Wohlstand und die Stellung eines Landes in der Welt wider, als den Bedarf an Wohnraum oder Büroflächen zu decken. Die Gebäude in New York wurden von Geschäftsleuten und Finanziers finanziert. Aber die des 21. Jahrhunderts bezahlten Regierungen, die damit ein Zeichen setzen wollten. Aber sehen wir uns den aktuellen Rekordhalter einmal genauer an. Eine der erstaunlichsten Statistiken ist, dass fast ein Drittel des Burj Khalifa laut dem Council on Tall Buildings and Urban Habitat, CTBUH, unbewohnbar ist. Es ist über 200 Stockwerke hoch und hat nur 160 bewohnbare Etagen. Aus diesem Grund hat das CTBUH den Begriff Eitelkeitshöhe geprägt. Er bezieht sich auf die Höhe und den tatsächlichen nutzbaren Raum im Gebäude. Als die Petronas Towers den Sears Tower überragten, war ihr Dach tatsächlich 60 Meter niedriger als das des Sears Tower. So wie auch der Burj Khalifa nur zwei Meter höher ist als der Shanghai Tower, was die nutzbare Fläche angeht. Das CTBUH erklärte, dass es mit einer Eitelkeitshöhe von 50% oder mehr nicht als höchstes Gebäude der Welt eingestuft werden kann und eher ein Turm ist. Fairerweise muss man sagen, dass diese Gebäude eine praktische Funktion erfüllen, da sie oft beliebte Touristenattraktionen sind, insbesondere der Burj Khalifa. Vier Megahausprojekte weltweit wirkt zwar beeindruckend, aber diese Zahl ist viel kleiner als erwartet. 2012 veröffentlichte das CTBUH das Papier »Tall is 20 in 2020«, in dem sie prognostizierten, wie viele Megaborten es 2020 geben würde. Sie schätzten, dass es mindestens acht sein würden, während es tatsächlich nur drei waren. Der Grund, warum Megahochhäuser so selten sind, ist der Einfallsreichtum, der für ihren Bau erforderlich ist. Als die ersten Wolkenkratzer gebaut wurden, brauchte man nur eine Skelettstruktur aus Stahl. Das wurde als Chicago-Skeleton bekannt und war die Bauweise des Home Insurance Buildings im späten 19. Jahrhundert. Doch das Bauen in einer rechteckigen Form hatte seine Probleme. Wie bei einem Jenga-Spiel wird das Gebäude immer schwächer, je höher man kommt. Man kann nicht immer höher bauen und erwarten, dass sie starken Winden und Erdbeben standhalten. Die Ingenieure mussten die Bauweise von Gebäuden neu überdenken. Mitte des 20. Jahrhunderts kam ein bangladesischer Amerikaner namens Fasluar Rahman Khan auf eine Idee, die ihm den Beinamen »Einstein des Bauwesens« einbrachte. Es handelte sich um Stahlrohrträger in jedem Stockwerk, die mit horizontalen Bogenbalken verbunden waren. Diese Stahlträger dämpften Stöße besser und hielten stärkeren Winden besser stand und ermöglichten es, weiter in die Höhe zu bauen. Das wurde zur Vorlage und Khan entwarf später sogar den Sears Tower in Chicago. Für Megahochhäuser wurden jedoch weitere Verbesserungen und Innovationen vorgenommen. 2004 wurde der Tower Palace 3 in Südkorea von Skidmore, Owings und Merrill entworfen, dem Architekturbüro, bei dem auch Khan war. Dieses Gebäude hatte ein Stützsystem, eine zentrale Säule und drei Flügel. Damit wurde das Gewicht jedes Flügel von den beiden anderen getragen und der mittlere dient als zusätzliche Stütze. Diese Konstruktion wurde später in den Burj Khalifa übernommen und ist der Grund dafür, dass er eine Y- oder sechseckige Form hat. Der Shanghai Tower besteht aus neun zylindrischen Gebäuden, übereinander gestapelt und durch eine äußere Glasschicht geschützt sind. Der Uhrenturm von Mekka besteht aus sieben Gebäuden übereinander mit dem breitesten Unten, um Halt zu bieten. All diese ausgeklügelten Systeme dienten als Vorlage für den Bau von immer mehr Megahochhäusern. Es scheint, dass wir die Technologie und Erfahrung haben, um noch höher zu bauen. Aber warum werden weit weniger Megahochhäuser gebaut als erwartet? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst einen Blick nach China werfen. Obwohl China nur ein Megahochhaus hat, stehen die meisten der höchsten Gebäude in China. Ab 2021 befinden sich 10 der 20 höchsten Gebäude der Welt in der Volksrepublik China, eines davon in Hongkong. China hat in den letzten 30 Jahren mehr Wolkenkratzer gebaut als New York im 20. Jahrhundert. Aufgrund ihrer Vorliebe für Wolkenkratzer wurde allgemein angenommen, dass China den nächsten höchsten Wolkenkratzer bauen wird. Seltsamerweise berichtete CNN 2013, dass Dubais 828 Meter hoher Burj Khalifa noch weniger als ein Jahr das höchste Gebäude der Welt ist. Das geplante Sky-City-Gebäude in Changsha sollte 838 Meter hoch werden. Die Bauzeit soll nur 90 Tage sein und 120 Tage für die Vorfertigung brauchen. Der Bericht endete mit, es ist schon schwierig, den Überblick über die Ankündigungen der höchsten Gebäude Chinas zu behalten. Heute wissen wir, dass Sky-City nicht das höchste Gebäude der Welt werden wird. Der Bau wurde gestoppt, es kam zu Verzögerungen und 2015 wurde das Gelände als Fischfarm umgewidmet. 2014 wurde der Bau der Phoenix Towers in Wuhan vorgeschlagen. Eines der Gebäude sollte einen Kilometer hoch werden. Aber es ist schwer nach 2014 irgendeine Erwähnung des Gebäudes zu finden. Doch das zweithöchste Gebäude der Shanghai Tower wurde 2015 fertig und China schien die sicherste Wahl für das nächste höchste Gebäude der Welt zu sein. Aber der Trend zu großen Gebäuden änderte sich. 2021 vollzog China eine Kehrtwende und verbot den Bau neuer Gebäude höher als 500 Meter und setzte grenzend für Gebäude höher als 250 Meter. In der Erklärung heißt es, bizarre Architektur, die nicht wirtschaftlich, funktional, ästhetisch ansprechend oder umweltfreundlich ist, wird verboten. Aber warum dieser plötzliche Wandel? Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens ist China für seine seltsame Architektur berüchtigt. Insbesondere für die Nachahmung von Gebäuden wie dem Eiffelturm oder dem Weißen Haus. Die chinesische Regierung will nun Gebäude, die sich in die umgebende Architektur der Stadt einfügen. Auch die Nachfrage nach Immobilien verlangsamt sich. Nach Angaben von Nikkei Asia erreichte die Leerstandsquote für hochwertige Büroflächen in Shenzhen 26%. Und die Leerstandsquote in Peking und Shanghai ist in den letzten zwei Jahren erheblich gestiegen. Es gibt auch unbewohnte Wohnungen, die als Geisterstädte bekannt sind, wo es endlose Reihen von neu gebauten hohen Wohntürmen gibt, in denen niemand wohnt. Laut Business Insider gibt es in China so viele unbewohnte Wohnungen, dass die gesamte Bevölkerung Frankreichs darin leben könnte. Eines der größten Probleme war jedoch die Gesundheit und Sicherheit. Im März 2021 brach in einem Wohnhaus in Shixia Shuang ein Feuer aus. Im August dann ein weiteres in einem Gebäude in der Stadt Dalian. Im Mai begann ein 72-stöckiges Gebäude in Shenzhen plötzlich zu wackeln, sodass es evakuiert werden musste. Wenn China raus ist, wer ist dann noch im Spiel? Der größte Herausforderer des Burj Khalifa als höchstes Gebäude der Welt ist der Jeddah Tower in Saudi-Arabien. Wenn er vollständig ist, wird er das erste Gebäude sein, das einen Kilometer hoch ist. Die Arbeiten an dem Gebäude wurden jedoch im Januar 2018 eingestellt, als eine der Hauptsponsoren im Rahmen einer politischen Säuberung verhaftet wurde. Die einzige Person, die über die Zukunft dieses Projekts Bescheid weiß, ist die saudische Regierung selbst. Malaysia hat zwei Gebäude. Tower M und Tradewind Square. 2018 hieß es, dass Tower M noch nicht im Bau ist und erst in zehn Jahren fertig sein wird. Zum Tradewind Square heißt es 2020, dass die Baustelle leer ist. Indonesien plant auch den Signature Tower in Jakarta. Doch auch dieser wurde 2018 wieder gestrichen. Auch der Sky Mile Tower in Tokio wurde geplant, aber seit zehn Jahren gibt es keine konkreten Entwicklungen mehr. Da stellt sich die Frage, was ist mit den USA los? Werden wir in New York oder Chicago noch Megaborten sehen? Die einfache Antwort ist, dass niemand sie bauen will. Projekte in New York sind einfach viel teurer zu bauen als im Nahen Osten oder Asien. Und die Verfügbarkeit von Grundstücken in New York City erhöht die Entwicklungskosten ebenfalls dramatisch. Diese Kosten steigen dramatisch an, wenn man anfängt, etwas zu bauen, das sich über 600 Meter in den Himmel erstreckt. Die Bauzeit bedeutet, dass es mehr als ein Jahrzehnt dauern kann, bis sich die Investition rentiert. Wie ihr vielleicht schon vermutet habt, hat die Covid-19-Pandemie die Nachfrage nach Büroflächen verringert. Homeoffice wird immer üblicher und infolgedessen hat sich die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien verlangsamt. Die Pandemie hat auch eine weltweite Rezension verursacht, was bedeutet, dass weniger Geld für die Finanzierung dieser Projekte zur Verfügung steht. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Auswirkung von Megahochhäusern auf ihre Umgebung. Sicherlich ist die Aussicht von einem Megahochhaus großartig, aber was ist mit den Gebäuden daneben? Oft versperren diese Megawoltenkratzer das Sonnenlicht und fügen sich nicht in die Gesamtästhetik der Stadt ein. Würdet ihr gerne in einem Büro arbeiten, das direkt neben einer jahrzehntelangen Baustelle liegt? Ein anderes drängendes Problem ist, dass der Bauprozess eines Wolkenkratzers letztlich schlecht für die Umwelt ist. Laut Tim Snelson vom Planungsbüro Arup hat ein typischer Wolkenkratzer einen mindestens doppelt so großen CO2-Fußabdruck wie ein zehnstöckiges Gebäude mit der gleichen Grundfläche. Grund dafür ist der Aufwand für die Fundamente und die Sicherung gegen Schwankungen. Es sieht also so aus, als könnte der Trend, immer höher zu bauen, zum Erliegen kommen. Vorschläge für neue Megawoltenkratzer werden immer wieder gestrichen und Länder wie China verbieten sie sogar ganz. Könnte der Burj Khalifa das höchste Gebäude der Menschheit bleiben, das je gebaut wurde? Schreib es unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, dann schaut euch einfach die größten Gebäudesprengungen der Welt an. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.